So, liebes Abonnenten, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Alan Wake. Wir sind mittlerweile in der Stadt hier angekommen. Er sieht ein bisschen suspekt aus. Ne, so, unsere Aufgabe ist es... Ich kann es gar nicht glauben. Ich unterhalte mich gerade mit Alan Wake. Halt doch mal jetzt bitte die Fresse. Ich möchte gerne eine Anmoderation machen. Sind Sie alleine oder ist Ihre Frau bei Ihnen? Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die Stadt zeigen. Ich habe um 6 Uhr Abend. Ich konnte nicht gehen. Ich musste Carl Stucky finden, um den Hüttenschlüssel zu bekommen. Danke, Rose. Okay. Wir werden daran denken. Okay, gut. So viel zum ruhigen Urlaub. Ich bin jetzt in so einem kleinen Dörfchen angekommen und ich solle einen gewissen Carl Stucky finden. Ich konnte nicht gehen. Ich musste Carl Stucky finden, um den Hüttenschlüssel zu bekommen. Oh, da ist noch so eine... Du mir eingefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Coca-Cola, Nummer 6 in der Jukebox. Ich wollte ja selbst nicht... Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Ma'am. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky finden. Also der Typ soll auf dem Klo sein. Die Kellnerin ging mir... Ja, die sieht grafisch total geil aus. Mr. Stucky? Hello? Carl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Recht. Und nach ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Okay, du bist ein wenig spooky. Mrs. Der Cauldron Lake ist eine besonderer Art. Sehr inspirierend. Kann ich eigentlich noch durch? Nee, kann ich nicht. Ich würde ja ganz gerne mal irgendwie die Ansicht mal ein bisschen ändern. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Sie haben Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Ist kein Grund mehr so permanent auf den Zeiger zu gehen. Da muss ich Sarah sagen. Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Nein, habe ich nicht. Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus seiner Klinik bei der Cauldron Lake Lodge abgehauen. Das Dünner verlassen. Na, dann machen wir das nochmal. Aber ich kann hier nicht rennen. Das geht nicht. Tschüss, Mr. Wake. Ja, ja, tschüss. Alter, die war ja nervig, ey. Er ist total begeistert von dem Urlaub. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr... Ihr Schlüssel! Äh. Der Steiner weicht ein Irrenhaus. Okay. Der hatte einen Auftrag mit dem Namen Stucky. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind. Okay? Okay. Wir können später drüber reden. Hier ist Pat Mayne auf KBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller. Aber das war lange her. Seit zwei Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht. Seit meinem letzten Buch. Und jetzt das Wetter. Es wird eine klare Nacht. Also, wir standen Menschen. Riskiert ruhig mal einen Blick nach oben und guckt euch an, wie Sterne aussehen. Geil. Hierdurch wird es ziemlich dunkel, aber sie leuchten euch den Weg. Richtig geile Position für ein Haus. Da würde ich mich auch niederlassen. Er sieht nicht begeistert aus. Ohne Scheiße. Da gibt es was Geileres. Das sieht doch total geil aus. Oh, Angst vor der Dunkelheit ist natürlich nicht so der Brille. Jetzt bin ich hier beim Haus, aber ich werde noch nicht ins Haus reingehen. Ich werde mich erstmal hier kurz umgucken. Es kann ja eventuell sein, dass hier noch irgendwo eine Thermosflasche rumliegt. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Äh, was muss ich jetzt machen? Errungenschaft freigestaltet. Es wäre Licht. Oh, okay. Alles klar. Ach so. Lass mich raten. Ich musste wahrscheinlich erst hier hin. Okay, ich schaue mich ein bisschen um. Alles hatte mir von der Cauldron Lake Lodge erzählt. Was ist denn jetzt los? Es war ein schöner Ort. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Heute war früher ein Hotel gewesen. Heute war es aber nicht mehr öffentlich zugänglich. Ich soll jetzt... Ähm. Er hat doch gerade gesagt, er will sich ein bisschen umgucken. Joa, jetzt bräuchte ich nur noch einen Gillyanzug. Ah, so. Ich kann mit der Tabulator-Taste meine Ansicht ändern. Ach so, nein. Sag mir das doch. Mann. Aber er hat gesagt, er wollte sich umgucken. Warum soll ich denn jetzt schon wieder zu der alten zurückkehren? Das ist doch... Doof. Hehehe. Wo? Was war denn hier? Hier war doch irgendwas gerade. Untersuchen. Aha. Aha. Okay. Aha. Das sieht glatt nach der Axt aus, wo der Typ da in dem Traum, in dem letzten Video, der Anhalter, den wir da überfahren hatten, der dann von der Dunkel kontrolliert wurde, der hatte ja auch so eine ähnliche Axt gehabt. Na gut, aber so weit gibt es jetzt erstmal hier nichts wirklich wieder. Also werde ich mich mal langsam... Obwohl, auf der Rückseite des Hauses war ich noch nicht gewesen. Also hier geht es runter zum Boot. Da liegt und... Da hängt und was. Okay. Warte mal, komm ich hier rüber? Ich gehe so... Aha, okay, also ich kann da nicht rüber. Also muss ich wahrscheinlich erstmal durch das Haus? Wird's wahrscheinlich? Alice? Schatz? Die Hirschfestbesucher trudeln langsam ein. Ich habe gerade einen auf der Fähre getroffen. Einen berühmten Künstler. Mal sehen, ob ich ihn noch zu einem Interview überreden kann. Jetzt dran an die Telefone. Hallo, Sie sind auf KBF FM. Hallo, Pat, hier ist Rose. Hallo, Rose. Was haben Sie auf dem Herzen? Ich weiß, wer der berühmte Künstler ist. Alan Wake, nicht wahr? Er ist mein Lieblingsschriftsteller. Ähm, Rose ich. Ich habe ihn gerade im Diner gesehen. Ich freue mich so sehr, dass er hier ist. Er freut sich bestimmt auch hier zu sein. Tja, Freunde, die Katze ist aus dem Sack. Hier ist Batman auf KBF FM und jetzt etwas Musik. Na toll. So viel zur Diskretion. Tja. So viel zum Thema Diskretion, aber wo ist denn jetzt die Tante von ihm hin? Sie hat gesagt, sie will sich frisch machen. Dann muss ja hier irgendwo ein Bad sein. Hallo, ich bin oben. Ich habe eine Überraschung für dich. Hallo. Überraschung? Alice, was soll das? Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich habe gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice. Du, alle wollen das. Hey, hey, hey. Hör doch mal zu. Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartman. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik, spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst du dich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Alan? Alan! Lass es. Lass es einfach. Ich will es nicht hören. Verdammt, Alice. Gott, verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Da war eine spookige Gestalt gewesen. Verdammt. Alan? Alan? Alan! Alice! Alan! Nein! Nein! Alice! In der Hütte waren plötzlich alle Lichter ausgegangen. Alan? Alan! Wo bist du? Hilfe! Alice? Ich komme! Nein! Nein! Alice! Hilf mir! Was zum... Aha, die Schatten wieder. Alles klar. Alice! Oh, da kommt die Gänsehaut wieder. Nein! Nein! Warte, warte, ich helfe dir. Alice? Dunkel. Alice? Alice? Oh nein! 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 Immer weiter! Oh nein! Ich bin ja gerade ins Wasser gesprungen. Warum hat er denn jetzt eine Wunde? Ah, er ist im Auto! Äh... Nach dem Unfall im Auto aufzuwachen war, wie einen Albtraum gegen den nächsten zu tauschen. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war. Das Telefon war tot. Ich musste zur Fußhilfe holen. Du bist also verletzt. Untersuchen. Bei Alice Sachen war ein Buch. The Creators Dilemma von Dr. Emil Hartmann. Das Buch erinnerte mich an meinen Streit mit Alice. Es gefiel mir nicht. Und der selbstzufriedene Typ auf dem Einwand genauso wenig. Also, ich solle zur Fußhilfe holen. Hier geht es ja schon mal erstmal gar nicht weiter. Also muss ich wahrscheinlich hier lang. Und der Funkmasse ist down. Die Tankstelle war meine Chance. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. Ja, das sieht glatt nach einer Wanderung aus. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Lass mich raten. Der war fast abbezahlt. Ja. Okay. Also wie gesagt, zu dem Spiel, das ist ja... Irgendwie gefällt mir das. Das hat was. Vor allem der Streit gerade mit der spookigen Gestalt im Hintergrund, im Dunkeln. Das war ja ultra fresh gewesen. Ah, nicht schon wieder dieses Licht. Hallo? Ist da jemand? Die typische Aussage eines jeden Fragenden. Ist da jemand? Lass mich raten. Seiten aus seinem Buch? Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein. War es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Warum wagt es euch, mir jetzt einen Axtmörder auf den Hals zu hetzen? Wehe! Warte mal, F5? Warte mal. F5. Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Departure von Alan Wake. Okay. Also mit F5 kann ich mir die ganzen fehlenden Manuskriptseiten, das ist irgendein komisches Zeichen, okay, diese Seiten im Schwierigkeitsmodus Albtraum zu finden. Ohohohoho. Holy shit, das sind aber ganz schön viele. Also muss ich scheinbar, wenn ich das weitermachen will, muss ich dann wohl in dem Schwierigkeitsmodus Albtraum nochmal spielen. Okay. Weiß ich Bescheid. Und zwar total. Hm. Okay. Also, sein Manuskript muss gefunden werden. Ist da jemand? Ja, doch, doch, doch. Bitte, ich hatte einen Unfall. Da war diese hässliche Gestalt. Nein. Einfach nur... Na, äh, Licht. Na, darauf würde ich mich nicht ganz so verlassen. Weil das sieht doch ein wenig skurril aus. Also, ich muss dann wahrscheinlich dann über den Baum stumpfen weg, aber trotzdem erstmal hier kurz gucken. Vielleicht ist da hier wieder irgendein verstecktes Item. Eine Thermoslasche oder sowas. Weil davon gibt es 100 Stück in diesem Spiel. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viele ich habe, weil ich hab da vorhin nicht drauf geachtet, dass ich die eine da eingesammelt habe im Diner. Da habe ich nämlich irgendwie ignoriert. Da ist ein Spieler. Also hier, da. Äh, nicht Spieler, aber... Nein. Nein, das ist ein Schatten. Nein, das ist ein Schatten. Das ist der Typ. Er hat den Typen geaxtet. Ah, guck mal hier. Thermoslasche. Wie viel haben wir denn davon? Seh ich nicht. Warte mal. Weitere spielen wir mit Statistiken. Haben wir denn hier irgendwas? Waa, blä, 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 blä. Indirekte Kills, was? Kills mit Fahrzeugen, Blendgranaten, Jagdgewehr, Schroffinde. Also, ich kriege schon mal dicke, fette Waffe. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Thermoslaschen gefunden. 5 von 100. Gefundene Manuskriptseiten. Oh, das sind aber echt schon viele. Also, das Spiel scheint über einen ziemlich langen Zeitraum zu haben. Also, der ist hier nicht mit ein, zwei Tagen gegessen. Es sei denn, man spielt halt, weiß ich nicht, 10 Stunden. Manuskript nehmen. Okay. F5. Fehlende Seiten. Ungelesen. Wake bekommt einen Besessenen mit Licht. Der Besessene stand vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel, wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten, wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Hai-Biss. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas, und das Licht schien heller zu leuchten. Okay. Das ist krass, Alter, die Atmosphäre. Wer springt hier vom Baum zu Baum, oder was? Jumpskill 100. Wer nicht anreißt? Oh Gott. Egal, rein, 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 tut, zu. Jawoll, hier ist Johnny. Hier irgendwie raus. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Genau. War so eine geile Referenz. Äh, da stand Energizer. Alles klar. Die Batterienmarke. Warte mal, hier muss ich doch grad nicht noch irgendwo mehr geben. Was haben wir denn hier? Energizer. Schade, hätten sie ja eigentlich mal Vatra hin benutzen können. Verdammt, der Wirkung ist bewiesen. Jawoll, er hat die Leitung gekappt. Ist das dein Ernst? Gegen die Sehenswürdigkeiten. Er hat die Leitung gekappt. Du willst mich doch flacken. Du machst jetzt nicht den Bagger an. Du machst nicht den Bagger an. Er macht den Bagger an. Äh, warte mal. Was? Ich bin tot. Was? Warte mal, ich hab vergessen. Hallo? 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 Nicht gut. Nur so nebenbei, da sitzt da nicht mal einer drinnen. Äh, ey, warte mal, warte mal. Ah, ich kann raus hier. Genau. Genau, Bro. Alles klar, Herr Kommissar. Äh, ja. Okay. Also, ich habe Licht. Das bedeutet... Was? Gut, scheinbar ist... Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt so immer noch in diesem Traum sind. Weil, das hat ziemlich viel Ähnlichkeit mit der letzten Folge. Dass die erinnern hätte... Da, zum Beispiel. Ich will es gar nicht machen. Ah, Kuh! 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 Mimmi! Gib ihm! Gib ihm! Gib ihm! Mein Schild brummte furchtbar. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Das Licht meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Soll ich den jetzt anzünden, oder was? Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Kann das sein? Ach so! Mh, ich Idiot! Ja, ja. Alles klar. Okay. Ja, wollt ihr mir damit einfach nur zeigen... Passt mal auf. Hier ist eine Leuchtkugel oder Leuchtpistole. Snack dir die mal, bitte. Und ich, Idiot, verballer natürlich die Scheiße. Einschalten. Aha. Ah, ah, da drüben ist ein Generator. Damit könnte ich eventuell den Mast ausschalten. Boah, oder treten. Oh, gut. Soll ja bekanntlich auch funktionieren. Die Kettensäge kann ich leider nicht. Dem schade eigentlich. Kontrollpunkt erreicht, wunderbar. Ah, schon wieder so ein Typ. Mit einer Axt. Jawohl! Beschieß dich! In front mit dir! Bam! In your face! Was haben wir denn hier? Batterie und Revolver. So, ich habe jetzt insgesamt 24 Kugeln noch. Okay. Da drüben... Leuchtet etwas. Also muss ich jetzt zwangsläufig auch die Taschenlampe benutzen, um eventuell versteckte Geheimnisse zu finden? Zum Beispiel ein Manuskript. Weiß ich Bescheid. Oh, mal F5. Rose wusste, dass sie in Schwärmerei verfallen war, doch das war ihr egal. Was sie betraf, war ihr kurzes Treffen mit Alan Wake, der Wendepunkt in ihrem Leben. Sie sah zu, wie er mit seiner Frau ins Auto stieg. Sie war hübsch, selbstbewusst, ungezwungen in Wakes Nähe, nicht wie Rose. Sie passten perfekt zusammen. Sie hätte alles getan, um ihre Freundin zu sein. Aha, okay. Also er findet, ähm, nicht jetzt nach und nach in der Reihenfolge, so wie das Manuskript aufgebaut ist, sondern, äh, scheinbar nur halt random. Das war diese komische Tante. Ja, was zum Teufel war das? Was ist hier eigentlich gerade? Von da bin ich jetzt, wo wurde ich jetzt gekommen? Von da. Also gehe ich erstmal kurz hier lang, um zu gucken, ob hier hinten noch eventuell ein Manuskript versteckt ist oder eine Thermosflasche. Ja, das ist gut zu wissen. Oh, hier ist die Kiste. Oder, beziehungsweise Manuskript. Dann muss ich mal wieder zurückgehen und den Hauptweg folgen, weil ja, er glitscht hier halt ein bisschen rum, ist okay. Ich kann aber nicht schnell drin. Da hat er schon wieder so ein Typ wieder da. Ich höre ihn quatschen. Ich höre ihn quatschen. Stucky war immer noch dort draußen, in der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Ja. Das tat er offensichtlich, mein Freund. Offensichtlich verfolgt er dich noch. So, dann gehen wir mal kurz nach links. Ach nee, Kontrollpunkt ist das immer dieser, dieser Sound-Effekt. Aha. Jawohl. Ja, genau. Au. Oh, hier sind wieder so eine Dinger. Das bedeutet, ihr könnt ja eventuell... Eine Leiter. Ehe klettern. Ja, ja, ja. Könnt ihr eventuell hier oben irgendetwas drauf... Aha. Aha. Okay. Aha. Besessene. Besessene. Ja. Okay. Ah, eine Löschkugel. Okay. Nee, Batterien. Ah, das sind das... Dann sind das... Dann sind das versteckte Geheimnisse. Okay. Also ich denke mal, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das als Geheimnis gewertet wird. Wenn nicht, dann... Ja, gut. Dann habe ich halt ein paar Batterien hier gefunden. Dann habe ich jetzt 13 Stück. Damit kann ich doch schon mal einen jetzt... umnieten. Damit kann ich doch schon mal ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Also, wir dürften in der Nähe von der Tankstelle sein. Hier ist der Pfeil. Okay. Hier ist noch ein Pfeil. Okay. Dann hätte ich dann zwangsläufig sowieso dann eh gesehen. Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Es gibt ja auch immer wieder irgendeinen Haken. Du bist in der Nähe von dem Ort, wo du hin willst. Und dann uhrplötzlich... Oh, die Treppe ist kaputt. Ich muss einen anderen Weg finden. Ah. Weil drüben leuchtet wieder irgendwas. Sieht aus wie ein Generator. So ein mobiler. Oh, das ist ja... Oh, je... Oh, was... Oh, was... Oh, was? Jig expedit. Nun, 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 nun. Oh! Zum oberen Weg gehen. Kontrollpunkt erreicht. Erst mal manuskript einsammeln hier. Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kam. Ich wirbelte herum, gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in hundert tote Augen, glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. Alles klar, Bro. Schrotwinder, auf geht's, meine Freunde. Jetzt gibt es aber richtig... Warte, aber stopp. Ah, okay, mit Mausrad kann ich also wechseln, okay. Es ist gut zu wissen, dass ich mir die Waffen aussuchen kann. Das ist doch schon mal gut. Okay. Ich glaub, ich werd mal jetzt hier mal kurz nach oben klettern. Und mir erstmal ein Überbl... Aha, alles klar. Ich glaub, ich weiß, worauf die hinaus wollen. Die wollen... Ja, ja. Ich soll jetzt ein Ding benutzen, damit das hier eine Brücke... Ja, shit, da ist eine Thermoslösche, okay. Was? Ach, komm, Alter. Ich spring auch aus der Höhe runter, tu mir nicht mal ansatzweise weh. Ja, ja, komm, mal, zieh mir keinen Scheiß. So. Dann springt mal hier hin, bewegt mal das Teil. Kontroll. Durfte reichen. Theoretisch. Im Praktischen bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir nicht so wirklich sicher. Zum oberen Weg gehen. Na, dann jumpen wir doch einfach mal hier rüber. Mal gucken, was passiert. Alle, ja. Ey, wir kommen garantiert gleich wieder irgendwelche Viecher. Irgendwelche Schaden. Kontrollpunkt erreicht. Wunderbar. Mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Nee. Gut. Ich durfte ja eigentlich nicht mehr so weit weg sein, weil die Hütte ist jetzt, glaube ich, in meinem Rücken. Ah, hier leuchtet wieder irgendwas. Rot-Finten-Munition. Nice. Good job. Ich war gerade frisch Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Ah, die Nacht ist absolut ruhig, der Himmelkristall klar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nacht, Eule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon, nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn ich dich... Oh, und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo? Wen hab ich dran? Hallo, Pat. Hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice. Was machst du gerade? Also, ich war gerade mit Tobi Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Aber, Pat, weshalb ich anrufe? Tobi hat etwas im Unterholz gewittert und ist losgerannt. Und jetzt ist er weg. Na, bestimmt ein Hase. Bestimmt. Tobi liebt Hasen. Na, bestimmt. Also, ich dachte, wenn irgendwer Tobi sieht, könnte er ihn einfangen. Meine Nummer steht auf dem Halsband. Ist Tobi ein Lieberhund? Oh, Tobi liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt er zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm. Ja, Maurice. Jetzt haben wir es alle gehört. Ich hoffe, Tobi ist bald wieder da. Ja, danke, Pat. Gute Nacht, Maurice. Oh. 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 Klicke mal eine an. Was haben wir denn hier schon wieder? Hier sind wieder irgendwelche Leuchte. Aha. Graffiti. Aha. Hallo. Hier öffnen. Nice. Eine Leuchtspistole. Noch ein Manuskript, okay. Okay. Zunächst fand ich die Seiten wie zufällig. Das Buch, das ich mich nicht erinnern konnte, war entweder eine schreckliche, wahre Prophezeiung oder ein Schöpfungsakt, der die Welt verändert hatte. Ich fing an, den Seiten nachzujagen, denn sie bagen die Antwort zu dem Rätsel. Mit ihr konnte ich mich retten. Mit ihr konnte ich Alice retten. Ah ja. Okay. Also. Der Typ im Radio hat gesagt, dass ein Hund entlaufen ist. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Ach, die besten Radpacks. Du schaffst. Der Magensprenger ist der beste Skull, keine Frage. Der Monster, da kommt gleich dann ab. Der Star ist der Fremdwester. Entspann dich mal, bitte. Oh oh. Oh oh. Gesellschaft. Er hat mich beworfen, halt den Mund. Oh, gu, gu, gu. Mit was die mich immer beworfen, Alter. Oh, Licht. Halleluja. Ich wurde erleuchtet. Quasi. Aber. Das bringt mich hier irgendwie nicht weiter. Also ich geh mal davon aus, dass der Hund, dass wir den finden. Schätze ich jetzt einfach mal. Ja, so ein Typ hinter mir. Hallo, entspann dich mal. Boah, ist das in der Ernst, Alter? Was haben die denn für ein Problem? Ich bin ein bisschen hart da, oder was? Warte mal, der Typ im Traum hat doch gesagt, wenn ich verletzt bin, soll ich ins Licht gehen. War da nicht was gewesen? Ja, das ist tatsächlich... Okay. Ja. Gut, also muss ich dafür sorgen, dass ich immer in der Nähe einer Lichtquelle bleibe, falls ich wirklich schwer verwundet bin. Da drückt noch ein Manuskript. Hier sind noch mehr so Leute. Oh, ich muss nachladen. Au, Alter. Du gibst mir garantiert keiner. Okay. Äh, aber das sieht alles so... Das sieht alles ein bisschen so verschwommen aus. Wir könnten noch mehr hier auftauchen von den Dingern. Von den Schatten. Wenn wir noch Skripten nehmen. Was haben wir denn hier? Fernsehen in der Tankstelle. Die betratte Garage der Tankstelle. Dort war es dunkel und still. Es herrschte Chaos. Es sah aus, als habe jemand den Ort verwüstet. Als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm wie von Sinnen redend. Äh, das ist eine sehr komische Ausdrucksweise, der Typ. Aber das ist halt bei manchen Autoren immer so. Hier... knattert irgendwas. Ich habe hier Licht, okay. Was haben wir hier? Emergency. Nice, nice. Uff, Entschuldigung. Revalver Munition aufgehoben. Hier, ich bin wieder so ein scheiß Truck. Wehe, wenn du... Oh. Oh, ein Pfeil. Oh. Okay. Noch mehr. Oh, noch ein Pfeil. Ah, Lüchen, Puppelchen. Was haben wir denn hier drinnen? Eine Leuchfackel. Gedöns. Ah, da kann ich aber nicht hoch. Okay. Kann ich... Kann ich hinten rüber? Lü... Wie die einfach aufgetaucht sind. Wieso habe ich das Gefühl, dass dieses Ding gleich losfährt? Es steht ja schon in Fahrtrichtung. Es bewegt sich. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ach, kommt doch, Alter. Ach, kommt doch. Wie viele gibt es denn von euch hier? Wo sind die hin? Ach, ich verstehe. Alles klar. Stimmt ja, diese Dinger können ja kein Licht aushalten. Die sind dann ein bisschen anfällig dafür. Okay, dafür also diese Leuchtfackel. Ey, sag mir das doch, Ena. Ich muss die ständig alles selber rausfinden. Wie wär's nochmal mit dem Tutorial? Die Hütte am Cauldron Lake? Fragte sie. Der Sheriff sah mich misstrauisch an. Das Morgenlicht schien durch die Bürofenster. Ohne ihre Hilfe wäre ich wohl nie lebend aus dem Wald gekommen. Und doch konnte ich ihr nicht sagen, was mir wirklich passiert war. Sie würde glauben, ich sei ein Lügner. Oder verrückt. Sie würde mich einsperren. Und sie würde mir nicht helfen, Alice zu finden. Ja. Definitiv. Forschung. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. Newton, Einstein, Sagan. Grinsen der Wissenschaft. Aber der Preis ihres Erbes ist sehr hoch. Okay, genug. Geguckt. Ich muss weiter. Ich hab keine Zeit jetzt dafür, mir hier im Fernsehen irgendwas anzugucken. Zumal ich selber keinen Fernseher habe. Holzfällerlager, ja? Und wieder diese komische, diese Schatten-Wind-Gedöns-Atmosphäre. Dankstelle erreichen. Kontrollpunkt erreicht. Oh. 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 Da ist er wieder. Das ist er. Glaube ich. Oh nein. Auf. Oh. 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 entspannt euch mal entspannt euch mal entspannt euch okay leute ich mache hier feierabend jetzt so genug erst mal ich sag dann einfach mal ja ich glaube ich werde das weiterspielen das macht mir auf jeden fall dickfett spaß kann ich nicht anders sagen aber ich glaube beim nächsten mal werde ich zur chock angreifen mal gucken was die halt so kann däumchen oben wenn nicht dann ich sag wesgabe später